Cyberangriff bei Rundamusee Mikolöffnungsfeier Bei den Olympischen Winterspielen hat es offenbar die erste Cyberattacke gegeben. Die Organisatoren sprachen von einem Angriff auf nicht kritische System während der Eröffnungsfeier. Zu Störungen der Veranstaltung sei es durch die Attacke jedoch nicht gekommen. Hacker haben während der Olympia-Eröffnungsfeier eine Cyberattacke auf das Hauptpressezentrum für die Winterspiele verübt. Über Stunden war die Olympia-Website nicht zu erreichen. Der Angriff habe eine Störung im Hauptpressezentrum verursacht, teilte das Organisationskomitee Bokok mit. Der Vorfall hat sich nicht auf die Sicherheit der Zuschauer und Athleten ausgewirkt, sagte Sung Baikyu, Sprecher des Komitees. Die Organisatoren schalteten nach der Cyberattacke die Server ab, sodass die Webseite Byeongyang 2018 von Freitagabend bis Samstagmorgen um 8 Uhr, Ortszeit, nichts zu erreichen war. Wegen der Sperrung der Internetseite konnten Besucher der Spiele in dieser Zeit ihre reservierten Eintrittskarten nicht ausdrücken. Die Hintergründe der Cyberattacke sind bislang unklar, Experten untersuchen die Ursache. Während der Eröffnungsfeier war zudem im Stadion zeitweise das drahtlose Netzwerk ausgefallen.